Guten Abend miteinander. Ob Abfahrt oder Langlauf, bei GOPTA finden Sie die richtige Skiausrüstung. Zum Beispiel die Weltmarken für Abfahrtskine wie Rossignol, Fischer, Blizzart und Atomic. Und zwar die drei verschiedenen Skitypen, die der Fahrweise und dem Können von jedem Einzelnen angepasst sind. Sportive, Komfort- und Kompaktmodelle. Für die Fahrer, die sportliches Fahren bevorzugt, gibt es diese Sportive-Modelle. Besonders griffig und leicht zu fahren sind diese Komfort-Modelle. Dieser Blizzart Meet Ultra ist zusammen mit dieser BF-uprüften Salomon-Bindung bei GOPTA besonders günstig. Für die Anfänger bis Mittelklasse-Fahrer gibt es diese Kompakt-Modelle. Aber auch für die Langläufer ist bei GOPTA gesorgt. Mit diesem Non-Wax-Ski sind sie von allen Schneeverhältnissen unabhängig, weil man eben nicht wachsen muss. Bei GOPTA finden Sie die Spitzenmarken von Langlauf-Ski, Track Marathon, Blizzart Vasa-Grip, Fischer Crown und Rossignol. Unter diesen Markenangeboten finden Sie auch Ihre passenden Belage mit Schuppen oder mit Fellstreifen. In allen GOP-Warenhäusern und in den grösseren GOP-Sendern finden Sie jetzt alles, was Sie für die Abfahrt oder für den Langlauf brauchen, zu enorm günstigen Preisen. Und mit dem richtigen Scheizmorgen sind Sie schon vor dem Start im Schuss. Warm oder kalt – davon spenden Sie Kraft und Energie. Auch in der Milch hat es ja wertvolle Nähr- und Mineralstoffe. Ein natürlich fruchtiger Energiespender ist bei Otafit. Kefir von Kristallina hat wenig Kalorien und ist äusserst bekömmlich. Das hochwertige Kleinenbrot mit Floralp-Vorzugsbutter und Midi-Frutina – das gibt herzhafte Konfischnitten. Und damit Sie Ihre Neujahrsvorsätze sofort verwirklichen können, gibt es in Ihrem GOP-Center und im GOP-Warenhaus Büroordner, Zeigetaschen, Archivschachteln, aber auch Notizblöcke K4 zu günstigen Preisen. Und morgen wünschen wir Ihnen natürlich einen königlichen Tag. GOP-Beckermeister haben alles schon vorbereitet. Und jetzt schauen wir noch in die Studiaküche zum GOP-Rezept der Woche. Jetzt sollte man vom reichhaltigen Angebot an einheimischem Wintergemüse profitieren. Hierzu wäre eine gute Gelegenheit ein saftiges Suppenfleisch mit viel Gemüse an einer Mehrätigsauce. Wir brauchen Rindfleisch, Rüebeli, Hartöpfel, Sellerie, Weisskarbis und Lauch. Eine besteckte Siebel haben wir mit dem Suppenfleisch während einer Stunde im Salzwasser lassen. Während dieser Zeit haben wir das Gemüse vorbereitet und binden es jetzt ein bisschen zusammen, damit es während dem Kochen nicht auseinanderfällt. Das Gemüse müssen wir jetzt mit dem Fleisch etwa noch eine halbe Stunde bis eine Stunde ziehen. Für die Sauce haben wir ein bisschen Mehl in Anken oder Makarinen angedämpft, mit Fleischsprühen abgelöscht, lassen sie ein bisschen köcheln lassen und jetzt geben wir den greibenden Mehrätig dazu. Und so wird das Suppenfleisch serviert. Das Rezept steht in der GOP-Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen guten. So, danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Und achten Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie gut brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP Floramiel ausländischer Bienenhonig 500 Gramm statt 2,70 nur 2,20. Und zwei Stück Fenial statt 3,90 nur 2,90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Ein Liter Himbeersirup statt 3,70 nur 3 Franken. Ein Kilo Vialone Risotto Reis statt 2 Franken nur 1,60. Ein Kilo USA Vitaminreis statt 2,10 nur 1,60. Auf Wiedersehen! whole 2 ein zusagen consciousness audible Quanten auf Russell da Tre auf Da